Willkommen meine Freunde von Fettspielen zu einem neuen Let's Play Flash hier auf unserem YouTube-Channel. Und zwar spiele ich für euch heute Wunder Rocket aka Wunderrakete. So, was ist das für ein Spiel? Das ist ein Katapult-Game. So, und wenn ihr jetzt gleich sagt, oh ich will das sofort spielen, dann geht einfach mit eurer Maus hier auf dem Bildschirm aufspielen und ihr könnt sofort loslegen. Wenn ihr ein anderes Flash-Game sucht, das richtig gut ist, dann könnt ihr unten diese beiden Pfeile benutzen. In beide Richtungen führt es euch zu einem neuen Video, wo ihr auch direkt neue Tipps von uns bekommt. So, wir starten hier mit New Game. So, jetzt können wir steuern mit den Pfeiltasten. Booster ist nach oben, links, rechts, Engine Off, also die Maschine ausmachen oder WASD. Ich benutze jetzt mal WASD, weil ich das einfach besser kenne. So, dann geht's los. So, und wir müssen quasi so hoch wie möglich kommen. Was ist das nicht schön gemacht? Hier. Rechts haben wir direkt ein Achievement kriegt, First Flight. Allein die Musik ist schon das Spiel wert. So, aha, und dann stürzen wir ab. Sehr gut. So, jetzt sehen wir hier Day One Ergebnisse, wie hoch wir gekommen sind, wie lange wir unterwegs waren, was wir eingesammelt haben und was wir an Bonussen gekriegt haben. Jetzt können wir mal gucken, ob wir für 82 schon einen Bonus kaufen können. Genau, hier können wir die Hülle verbessern, die Maschine verbessern, den Tank, die Booster, die Flügel. Dann, ähm, genau, dann ist die Rate, was wir einsammeln an Sprit, also wie hoch der Sprit ist, den wir einsammeln, also die Menge. Dann, was wir an Geld einsammeln, die Rüstung und, äh, die Aerodynamik. Ich mach mir mal, ähm, auf jeden Fall den Fuel Tank höher um eins. So, dann geht's auch weiter. Und dann kommen wir nämlich höher. Let's go! So, der Wachl da unten ist ja auch herrlich, oder? So ist das cool. Oh, da seht ihr auch meinen, den Rekord. Zack. Oh, das hätte ich mal einsammeln können. Ja, komm, 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 komm. Ja, hab ich noch Sprit bekommen. Ja, seht ihr das hier? Geht's richtig voran. Vielleicht sammle ich nochmal Sprit ein. So, ein schöner Crash, ist auch nie verkehrt. Sehr. Zack, dann haben wir direkt 455 eingenommen. Jetzt würde ich doch mal sagen, das hauen wir auch in Sprit wieder rein. Oh, es hat 200 gekostet. Und überall mal hier rein. So, jetzt sind wir eine richtig krasse Rakete. So, dann geht's los. Man sieht auch, wie sich die Rakete verändert. Ist das nicht herrlich? Wow, 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 wow. Einen schönen Boost gekriegt hier. Das holen wir uns natürlich. Zack, zack. Zack. Also, ich bin immer wieder überrascht, was diese kleinen Flash-Spiele zu bieten haben. Und gerade zur Katapult-Games-End haben für mich eine echte süchtig machende Wirkung auf mich. Ich weiß nicht, ich will immer höher kommen und gucken, was dann als nächstes kommt. Mir immer die dicken Upgrades kaufen. Hier, neuer Rekord. Bam, voll reingeflogen. Sehr schön. So, da bekommen wir auch hier, machen wir mal in Aerodynamik, in das und hier noch rein und hier. Das reicht überall leider nicht. Hier können wir auch noch was reinstecken. Sehr schön. Wenn die richtig starke Rakete mittlerweile schon. So. Dann seht ihr auch, wie die hochgeht. Links unten seht ihr übrigens, äh, eure Muni. Oh, und hier ein Boost. Zack. Oh, die sollte ich vielleicht nicht einsammeln. Das ist nicht so gut. Die Münzen aber. Wow, wow. Ah, okay. Deswegen muss die Hülle stärker sein, damit ich durch diese komischen Ballons hier durchfliege. Wow, das hat richtig auf die Hülle gezogen. So, ist das der neue Rekord. Oh, nein, 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 nein. Ja, gib mir den Sprit. Ja, füll rein. Hat nicht mehr gereicht, leider. Da machen wir doch mal Sturzflug hier auf den Wald drauf. Sehr gut. Machen, neues Upgrade. Ich würde sagen, in... In Booster. Ja, genau. Der ist mir nämlich zu schwach hier. Ja, jetzt ist das schon ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Oder kann ich den Booster irgendwie einsetzen? Nein. So, da müssen wir einfach heil durchkommen. Ja, das geht jetzt nicht. Schade. So. So, die Münzen einsammeln ist überhaupt nicht so einfach, wie das aussieht. Ja, ja. Vor allem, wenn man, wie ich, noch die ganzen Ballons mitnimmt. Ja, und vor allem die darf man nicht treffen, die großen hier. Da müssen wir die Hülle massiv verstärken. So, da haben wir noch Sprit eingesammelt. Ja. Noch mehr Sprit. Oh, unsere Hülle ist eindeutig zu schwach. Ich denke, da müssen wir noch ein bisschen was in die Hülle stecken. Hier, hier, so. Jetzt sollten wir da schon weiterkommen. Guckt euch die Hülle an. Jetzt so richtig hier. Eine Monsterrakete. Wunderrakete. So. Ja, den Boost nehmen wir direkt mit. Ja, super. Durch den Boost in die Teile hier geflogen. Aber auch gleich natürlich sehr schön. Ja, aber seht ihr, die machen mir nicht mehr viel aus hier. Dafür haben wir eine Menge Sprit dabei. Aber die Hülle ist schon richtig runtergefahren. Dafür ist unser Sprit noch fast voll. Ja, 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 ja. Die sollten wir vielleicht auslassen. Neuer Rekord. Ja, ich glaube, Hüllen-Upgrades... Oh, oh, fuck. Komm, hier, hier. Da kann ich meine Hülle reparieren. Sehr schön. Aber jetzt ist der Sprit leer. So, was kann ich eigentlich hier machen? Selbstzerstörung wahrscheinlich. Bam. Sehr schön. 7 oder 45. So, einmal machen wir noch. Und zwar, was verstärken wir? Helps-Wheels. Ah, da kann ich besser steuern. Guck mal, die machen wir hier. Hier sieht man auch direkt die Upgrades. Sehr herrlich. Die Engine machen wir auch nochmal stärker. Und ich würde sagen, die Rate auch nochmal höher. So, jetzt machen wir noch einen Flug hier. Oh, jetzt steuert sie sich auch schon mal richtig... Also, wesentlich besser, finde ich, die Rakete. Ja, ja. Das hat uns ja fast einen Boost gegeben hier. Ja, so. Also, ich finde hier, das ist richtig schwer. Wenn die Dinger da kommen. Ja, das ist echt schwer. Jetzt geht uns auch der Schibrit alle. Ja, wo fliege ich hin? Ja, Selbstzerstörung. Bam. Und ich würde sagen, hier mit diesem Ergebnis verabschiede ich mich aus diesem Let's Play Flash. Und wenn ihr das Spiel zocken wollt, einfach rechts auf Spielen klicken. Und dann geht es auch direkt los. Natürlich alles kostenlos, wie immer, auf fetspielen.de. Mein Name ist Tim und ich bin raus. Und ich bleibe north. Geçt auf. 000 – Sie? Schneider. Tut. Und ich bin right. Und ich bin. Und ich bin das. Und ich bin bets.